Mein Name ist Andreas Schmidt, ich bin Head Instructor von FITALO, der Organisation für Funktionelle Fitness. Ich darf euch mit diesem Clip einen Eindruck von unseren Basisseminaren zum Thema Bulgarian Bait und Indian Clubs, den Keulen, vermitteln. Diese Basisseminare bilden bei uns die Grundlage zu unseren Trainerschulungen. Zum einen zum Teutonic Lifting Trainer oder auch zum FITALO Function Trainer. Wenn wir das Bait hier rüber, dann fangen wir das Bait von hier aus an zu beschleunigen und bringen es auf die andere Schuhe, auf der ganzen Schlager in der Bewegung ab. Die Besonderheiten des Bulgarian Bait liegen in seinem Design. Die Besonderheiten des Bulgarian Bait liegen in seinem Design. Es gibt in den verschiedenen Gewichtskategorien von 5 über 7 bis 12 bis hin zu 17 und schließlich bis sogar zu 22 kg. Dieses Bag ermöglicht ein umfassendes Ganzkörpertraining. Alles mismbrahim und GlЬ. Kunstzlosigkeit-Tate pigeons. Für das Team! Das Team! Das Team! Das Team! Indian Clubs zeichnen sich besonders durch ihre Kopflastigkeit aus. Sie helfen, das Bewegungsausmaß im Schulterbereich zu erweitern. Das Training mit den Keulen ist zudem koordinativ, höchst anspruchsvoll und bedarf einer exakten Bewegungsschule. Jetzt geht natürlich das hier, den Händenbogen bei und andersrum haben wir jetzt den Händenbogen hängen. Jetzt geht das Ganze natürlich noch, der eine Arm arbeitet nach vorne während der andere nach vorne. Jetzt arbeiten wir jetzt quasi gegengleichen. Die Bewegung ist die gleiche. Die Bewegung ist immer hier. Oder hier. Die sind jetzt zeitlich versetzt unterwegs. Das heisst, wenn der eine hier unterwegs ist, ist der andere... ...das genau. ... Indian clubs Torture of the Bulgarian men Functional fitness Teutonic lifting club